Liebe Zuschauer, im Zuhause des FC Barcelona, willkommen neben Camp Nou. Ein ganz klein wenig verzogen, wirklich Pech gehabt. Kleine Spielansammlung hier, direkt nach der Pause. Ich bin mir sicher, die wollen eine Menge bewegen in diesem zweiten Durchgang. Sucht die Lücke, er trifft ihn. Sie suchen nach Räumen. Flanke nach innen. Da haben sie nochmal die Chance. Ja, stets 1-0. Wir wissen natürlich nicht, was der Trainer Ihnen in der Halbzeitpause gesagt hat. Wir wissen nur, es waren definitiv die richtigen Worte. Er läuft da sehr schön mit zurück. Gute Defensivarbeit. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Jetzt der Schuss. Das ist das Tor des Spiels. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Versucht da durchzustecken. Und die Schussschuhe gefährlich. Was sagen wir nun dazu? Auf solch einer Defensive kannst du aufbauen. Sie haben wieder mal kein Gegentor zugelassen und sie haben völlig verdient gewonnen. Die Fans gehen schon nach Hause. Wir gleich auch. Aber bevor es soweit ist, noch ein recht herzliches Dankeschön an Hansa. Willkommen. 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 Vielen Dank.